Von dem Philosophen oberhalb der Mosel aus Trier, primär bestimmt das Sein das Bewusstsein und nicht das Bewusstsein das Sein. Und wie ich jetzt die Fahrradwelt in Köln mitbekomme, da muss ich sagen, da muss, und das sage ich jetzt nicht, um hier populistisch zu sein oder einfach dem einen oder anderen am Mund zu reden, da muss sehr, sehr viel nachgewässert werden. Sehr, sehr, sehr viel nachgewässert werden. Und damit ich Sie auch alle, euch alle viel Geduld zu haben und Hartnäckigkeit, da müssen wir noch ganz dicke Bretter bohren und ich glaube, ich brauche hier keine Heulen nach Athen zu tragen, wenn man so ein paar Städte, man kann weitergehen, natürlich Kopenhagen, wo ich auch war, drei Tage mit dem Rad gefahren bin, Göteborg. Aber man muss auch gar nicht so weit fahren, kleine Städtchen nach der Mond. Und was ich da gelernt habe ist, dass Größe Handicap hier in Köln mit 30 Jahren alten Ampeln, die voll und ganz auf Autostadt und Autoverkehr sind. Das ist ein ganz, ganz großer Fällige, ein Hindernis. Und die müssen nachgewässert werden, dann haben wir schon mal ganz, ganz viel erreicht. Ich sage immer, in Köln wird man zur Rotfahrerin und zur Rotfahrer erzogen. Und das müssen wir weiter diskutieren.